jo bast und damit ein herzliches willkommen zurück zu let's play just cause 3 immer sagen wir machen hier scirocco nord weiter die provinzie nachdem wir das letzte mal das hier um zerstört haben würde ich mal sagen machen wir uns jetzt auf den weg wo sind wir gerade da sind wir nach hier unten würde ich mal sagen hätte ich mal behaupten wollen will lasst uns doch mal darunter fliegen das dürfte also hier oben sein oh ja da ist es schon moin ja moin schön ich bin eigentlich nur da auf den turm super nee ich will mich aber gar nicht von dir finden lassen so tschüss so nee lass mal lieber lass mal lieber lass mal lieber mein lieber tschüss tschüss ich weiß jetzt so weit weg hat trotzdem funktioniert Nee, lass das mal lieber Bumm, tschö Ciao, Antennenturm Und, ciao, Treibstofftank Bumm So, gut Au Volle Kanächen Wer geümmelt Tch Das gefällt dir wieder So Leute, kommt mal ran da Ja, moin Tschö Moin Sonst keiner Und im Arsch ist er Moin Ja, komm So, hinüber ist er Ich will schnell hacken Lass mich hacken Denn ich bin ein Hackenpenner Erfolgreich gehackt So Du jetzt Oh, das ist nicht schlecht Ich würde dich gern benutzen Also die Kanone Tschö Tschö Treff ich die von hier aus? Glaub nicht Gut Dann gehen wir mal rein Dann gehen wir mal rein hier Tschö Moin So So, was haben wir denn hier noch Schönes Ein Satellitenschüsselchen Hatten wir Oh, das tut mir aber leid Jetzt könnt ihr nicht mal mit eurem Smartphone Unterwegs sein Oh Da fliegt einfach mal eine Rundumleuchte rum Hä, was willst du denn du da? Tschö So Was haben wir denn als nächstes noch Schönes Da unten haben wir noch ein nettes Männchen Ich hasse Scharfschützen Sofern ich selber keiner bin Wie ist dir wat? Ciao, tschüss Bumm So Du hast dich damit auch erledigt Tschö Du liebst er noch Jetzt nicht mehr Da gibt er noch einer Jetzt nicht mehr So Haben wir es dann mal, Leute Leute, heute Da wollte ich zwar eigentlich gar nicht hin Komm, setzt den Haken So Jetzt haben wir hier was Schönes Tschö Das ist doch bestimmt auch noch irgendwo einer Da auch nicht Aber da haben wir noch eine Karre Eine Rakete So Da hinten hat man einen Helikopter Ja Und Ein schönes Männchen Ah Bumm 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 Hui Da geht aber ab Die Luzi Das ist ein rotes Licht Gut, dann machen wir das da hinten Bumm Wasserturm ist auch weg So Den werde ich nicht erwischen, ne? Ne Vogel Ähm Upsi Gut Was haben wir denn hier sonst noch Schönes Da unten haben wir noch Spaß Warte mal Tschö Tschö Oh, Marineeinheiten schickt er Ne, weißt du was Ich klau mir das Strachschiff einfach So einfach ist das Jetzt gehe ich auf das verfickte Schlachtschiff So Jetzt ist es mein verficktes Schlachtschiff So Jetzt schauen wir mal, wer da Rambazamba machen will So 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 will hier jemand Rambazamba machen? Gut, dann fahren wir mal hier ein wenig rein Mit dem Schlachtschiff Was willst du denn tun? Tschö Tschö So Was haben wir denn noch Schönes Da hinten haben wir noch Zeug Ja Und ich hab vergessen den Timer zu stellen Danke Merkel Tschö 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 Ich mach das geschissen Dopplerradar kaputt So Dopplerradar ist auch im Arsch So Tschö Und da haben wir noch ein Schiffchen Da hinten haben wir noch was Schönes Das macht die Möwe da Also der macht nix mehr Bumm So So Dann fahren wir mal jetzt nächstes hier rüber Dutzki Dutzki Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Das bringt zu nix Ich muss hier mal ein wenig tiefer reinfahren So Langstreckenradar ist auch im Arsch So Treibstofftänkchen sind auch im Arsch Der Scharfschütze ist auch im Arsch Der Scharfschütze ist auch im Arsch Der Scharfschütze ist auch im Arsch Er schießt denn da Hm So So Und jetzt Sicher Sicher Oder ist noch Satellitenschüssel So Kommen wir im Funkloch Fick dich Fick dich So Jetzt schaffen wir ihnen etwas Luft So Gemetzel So Brückensteuerung Da hinten ist doch doch noch ein Freund So Tschö Ich habe gesagt Tschö So Hier Übel ist er Gut Ein bisschen Munition einsammeln So Schauen wir mal Was haben wir denn hier noch Schönes Was sind sie denn Ah da sind sie ja Moin Was ist denn da drunter Das sind nur noch die Treibstoffdinger Okay Passt Gut Wichs Fick dich Gut So Dann schwimmen wir mal hier rüber So Jetzt gehen wir dann hier rauf So Jetzt haben wir hier was schönes So Und da hinten noch Ruf da Ruf die dufti Bum bum So Dann schreit hier einer die ganze Zeit Huah huah Die sind da unten Waffen wahrscheinlich Moin Lass mich hacken Ja Ja So Wafön 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 So Was haben wir denn jetzt noch Was schönes Also dich Für dich schon jetzt machen wir uns mal auf den weg zum runden turm und setzen uns mal auf den drauf da haben wir noch einen wunderschönen treibstofftank dürfte doch mit zwei granaten zu kommen sein gut dann haben wir dieses schöne gerät hier noch diese schöne gerät haben auch noch wo in welchem helikopter da hinten da kommen wir am rand da kommander schatzi schnucki da komm nur näher ran trau dich wenn dich meine flag nicht besiegt dann mach es dich halt persönlich komm nur ran tschö gut haben wir denn sonst noch schönes hier gucken wir kurz auf die mappe also ein ding ist noch da ein ding ist noch da ok ist da unten ah da damit ist der auch erledigt dann haben wir noch hier was und den wasserturm also hier haben wir noch was und einen wasserturm ja mach mal kriegst du schon so kuh bin dann schon wieder weg so jetzt haben wir eigentlich nur noch dieses wunderbare gerät da drinnen bumm tschö tschö porto vena custode 29 äh 6 von 6 ansiedlung befreit 3 von 9 provinzen vollfreit gut dann haben wir auch diese wunderbare ding hier befreit ist auch nächstes dieser wunderbare provinz befreit dann würde ich doch mal sagen gehen wir doch als nächstes gleich hier runter äh sup sup so haben wir denn hier ein heulikopteres da kommt keiner mehr da mein helikopteres hoffentlich eins mit waffen da hat waffen das ist doch schön ja ja das mach ich ich mach weiter das kann da kannst du gift drauf nehmen ich mach weiter ob du weitermachst das weiß ich nicht aber ich mach weiter ob du es willst oder nicht so da haben wir doch gleich schon mal wieder so ein so ein so ein onkelchen wie wurscht naja ist schon gut alles gut in shirokosud ja endlich dann braucht denn der scheiß treibstofftank ist auch in ordnung wenn ich sonst doch irgendwas nur noch komische lautsprecher da sehe ich gar kein plaketchen da haben wir einen lautsprecher tschö und irgendwo haben wir noch ein plaketchen da ich sehe es schon propagandaplakat so m der parkt aber super da bumm bumm mühweh gut dann brauchen wir jetzt bloß noch die polizeistation so und die holen wir uns aber wieder zu fuß gut wo landen wir denn landen wir denn landen wir da auf dem gebäude so gut gelandet jetzt schnell weg damit die mein helikopter nicht kaputt machen ja ja die finden mich schon früher oder später so oh ja das kannst du laut sagen tschö da brauchen wir auch nicht du bist schon hinüber oh fuck grenade so damit die rebellen hier mal arbeiten so ja ja ich treffe euch schon leute ihr kriegt schon eure aufmerksamkeit so polizeistation ist auch im arsch gut dann brauchen wir jetzt eigentlich nur durch die flange 갑r moin moin sa und ah und oh fuck oh fuck ach 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 das nennen wir mal befreiung 川age lagunenexplosion 3 von 5 ansiedlungen befreit Gruzifix, was ist denn da schon wieder los Ja genau, damit haben wir die nächste Ansiedlung befreit Ich sag tschau mit Radau und bis zur nächsten Folge